Das ist Bones. Für mich ist Bones. Okay, also ich geh wieder zurück zum Schiff. Es ist ein. Ich bin. Ihr. Trott. Muss man auf einmal reden? Jetta. Irgendwas. Schlaf dich. Ey. Das. Ah. Nicht. Hey. Du. Was. Du willst doch. Was. Na diese. Du solltest das lassen. Und. Bäh. Du willst. Kann. Weil ich. Bin ich. Die. Als. Kennst du das? Ja, aber er ist ohne Bedeutung für einen Mann. Dann würdest du. Du weißt aber. Mit. Ja, er macht sie menschlicher. Aber zeigen werde ich es dir nicht. Da musst du dir schon einen anderen Idioten suchen. Ich habe. Wied. Du bist. Du bist nur ein Lieb. Erirrt doch. Hilf. Einen. Was mich angeht. Nur eine Frage der Zeit, bis jemand auch noch den Rest von dir erledigt. Und ich ho. Du wirst. Du wirst mir. Pah. Nein. Wenn ich es mir recht. Ich denke ich. Mist. Gut. Mein. Wasser. Dein Körper ist. Das heißt, dass noch eine schwache Verbindung zwischen deinem Geist und dir besteht. Um sie zu verstärken, muss dein Körper zur Ruhe kommen. Dann besteht die Möglichkeit eines Kontakts. Träume. Du redest von Träumen. Ja, verdammt. Wovon denn sonst? Leg dich einfach schlafen, du Idiot. Dann wirst du schon sehen, was ich meine. Du siehst mit den Augen deines Geistes. Die Verbindung hält mir. Ich kann dir helfen, diese Verbindung zu stärken und dir. Kann ich meinen Geist nicht irgend... Wenn wir Geister würden, glaubst du im Ernst, dann würden wir auch nur ein... Ich habe keine blasse Ahnung. Okay. Du brauchst einen bestimmten persönlichen Gegenstand des... Einige weltliche Dinge eines Verstorbenen... In deinen Träumen kannst... Aber Vorsicht. Nicht jeder Geist, den du auf die... Du musst schon genau... Ich will... Und wen hast du da... Kapitän Gregor... Mein... Ist ja... Hast du denn etwa... Hm... Für persönliche... Mir kommen gleich die... Ein Gnom namens Jaffa auf Taranis rühmt sich damit den Hut des alten Stahlbarts an Eig... Wäre es da nicht interessant heraus... Hm... Du weißt aber schon, dass Jaffa... Tatsächlich? Ich habe einen... Ach ja? Ich habe diesen... Ah ja... Der gehört... Pass bloß auf deine Ta... Ähm... Glaub mir... Sogar einen armen Geist kann er selbst im Schattenreich noch beklauen... Schönes Schiff... Jaffa ist wieder auf große Reise... Vielen Dank... Ich hab... Nix... Du we... Du we... Kennst... Der alte Stahl... Mein Matar... Bin sehr stolz... Könnt' ich... Tickipi... Nene... Nix da... Graneblee... Ich brauche ein... Ah... Jaffa... So... Jaffa gibt dir Haarsch... Homie-Code... Hier... Jaffa hofft... Das reicht... Hm... Okay... Ab... Ich hab ein... Ach ja? Ich hab... Hm... Leg dich einfach hin... Ob die Haare den alten Mann anlocken wird... Ich brauche deine Unterstützung im Kampf gegen das Schattenreich... Ich kann dir nicht helfen mein Junge... Doch... Das kannst du... Ich habe noch eine Chance mein Leben zu retten... Dazu fehlen mir allerdings die Mittel... Aha... Daher weht der Wind... Du hast es wohl auf mein Gold abgesehen... Ja? An diesem Ort brauchst du es sowieso nicht mehr... Du genauso wenig... Dann hast du ja nichts zu verlieren... Nun gut... Also... Was genau willst du von mir? Sag mir wo du einen deiner Schätze vergraben hast... Ha... Alle Schätze die ich hatte wurden schon gefunden... Du lügst doch... Da muss doch noch irgendetwas sein... Jaja... Ist ja gut... Es gibt da eine Truhe auf einer kleinen Insel... Im Norden von Taranis... Darin sind die Geldbörsen aller schrägen Vögel... Denen ich auf meiner Kaperfahrt im Jahre... Der großen Sternenkonjunktion begegnet bin... Das ist doch schon mal was... Das ist doch schon mal was... Oh ja... Oh, mein Gott. 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 Oh, mein Gott.